Das Wetter ist heiß. Ich sollte einen Saft trinken. Ah, das Fleisch riecht so gut. Das ist vielleicht nicht noch fertig. Ich sollte mir Kräuter trinken. In dir, das Fleisch ist echt ruhig. Das ist alles fest. Lass mich eine andere Packung Fleisch aufnehmen. Eure Leute, ich wünschte, Sie konnten sehen, welche Probleme Sie uns machen. Sie zerstören mein Volk, mein Wasser und mein Reich. Jetzt wird Ihr euch der Strafe der Tiere stellen müssen. Ah, das Essen war so gut. Aber, wohin werfe ich jetzt den Plastikteller? Ah, ich weiß, ich werde ihn das Meer werfen. Oh mein Gott, ich bin ein Fisch. Wunderbar. Das ist so cool. Ich werde für eine Weile schwimmen gehen. Da ist viel Müll im Ozean. Was? Ist das ein Fisch da hinten? Hilfe, bitte helft mir. Hallo, ihr da drüben, bitte helft mir. Oh, es ist ein Fisch. Lass mich gehen und ihm helfen. Diese Plastiktüte zu verlassen. Warte, ich komme, um dir zu helfen. Puh, danke, dass ihr mir geholfen habt, Freunde. Kein Problem. Es ist unsere Aufgabe. Das ist mein Mund. Was habe ich gemacht? Wunderbar. Dieser Mensch hätte seine Lektion gelernt. Auf, wir gehen nicht, dass 100.000 Militestiere jedes Jahr streben, weil sie Plastik essen. Es gibt insgesamt 5,25 Billionen Plastikteile im Ozean und ihr tragt alle dazu bei. Warum sollten wir uns darum fragen? Was geht das uns an? Es ist nicht noch zu spät. Die Ozean und die Militestiere sind weg.